Tycabless hat dieses Jahr einiges vor, die ersten Windeln sind mittlerweile verfügbar, Ende März 2023 kamen die Animuts langsam in den Vorverkauf. Man konnte also bestellen und erhält die Lieferung dann einige Wochen später. Da es sich um einen Hersteller aus den USA handelt, erscheinen die Windeln zuerst auf dem US-Markt. Bestellen aus Deutschland heraus ist schwierig und teuer, wenn es überhaupt angeboten wird. Nach Europa und damit auch Deutschland kommen sie erst Monate später, wenn überhaupt. In diesem Falle hat es die Windel auch zu uns geschafft, dazu später mehr. Schauen wir uns erstmal an, was das für eine neue Windel ist, die da erschienen ist. Sie ist vorne mit Tieren bedruckt, die vom Stil hier etwas an Comicfiguren für Kindern erinnern, weil sie recht einfach gezeichnet sind. Am stärksten ist die Zone zum Kleben vorne bedruckt. Dort haben die Motive auch einen bunten Hintergrund. Der Name ist also wahrscheinlich eine Art Liedsprache für Animals. So klingt es spannender, weil man auf den ersten Blick erstmal überlegt, was genau gemeint ist. Zwischen den Beinen, also im Bereich unter der Klebezone bis hinten an den Po, scheint sie dezenter bedruckt zu sein, oder es ist weiß. Das sieht man auf den Bildern leider nicht so ganz genau. Jedenfalls sind die Motive vorne und am Po, dort ebenfalls nochmal eine Landschaft mit Tieren. Die Seiten heben sich gestreift nochmals hervor und gehen bis an den oberen Rand, der vorne dann mit einem hellen Gelb ins Auge sticht. Es gibt mehrere Dinge, die an dieser Windel besonders auffallen, jede Packung enthält mehrere Designs. Das gibt es bei den Dry Nights und ich habe es auch bei ABDL-Windeln wie NRU Playdays oder Peak Abu bereits gesehen. Ganz neu ist die Idee nicht, aber trotzdem selten. Ich kann die Windeln, die das machen, an einer Hand abzählen. Ebenfalls neu ist das Material. Entgegen der breiten Masse wird bei dieser Windel statt auf Plastik auf eine textilähnliche Folie außen gesetzt. Bereits in den Windel-News Nummer 3 habe ich euch eine Cottonwindel vorgestellt. In diesem Bereich gibt es 2023 einige Veränderungen. Ansonsten haben wir noch einen Nässe-Indikator, der blasser werden soll, wenn die Windel nass wird. Waddlecut würde ich als Breitenschnitt deuten, also eine deutlich spürbare Windel zwischen den Beinen, so dass man diese vermutlich nicht mehr komplett schließen kann, wenn die Windel voll und schwer geworden ist. 7,5 Liter Saugleistung soll sie laut Isolabormessung aushalten. Im Vergleich mit den bisher getesteten Windeln wäre sie damit ungefähr am Anfang des oberen Bereiches. Im Shop des Herstellers sind die ersten beiden Größen M und L bereits ausverkauft. Nur noch XL ist derzeit lieferbar. 45 Dollar wird pro Packung verlangt. Bei 10 Stück Inhalt sind das stolze 4,50 Dollar und in Euro umgerechnet 40,82 Euro und 82 Cent pro Packung sowie 4,08 Euro je Stück. Deutlich besser sieht es auf dem europäischen Markt aus. Hier sind alle Größen vorrätig und zum Preis von 34,90 Euro pro Packung erhältlich, so dass man eine Windel für 3,49 Euro bekommt. Das ist immer noch ein stolzer Preis, wenn man bedenkt, dass die Flaggschiffe wie Critter Caboose mit ungefähr 2,74 Euro deutlich weniger kosten, hier sind es mehr als 27% Aufschlag. Und das ist nur der reine Preis, ich kann bisher nicht beurteilen, ob die Tücables tatsächlich besser ist. Für Karten zahlt man also nach wie vor einen deutlichen Aufschlag, wer aufs Geld schaut oder schauen muss, wird hier wohl nicht glücklich werden. Auf der anderen Seite ist diese Windel die bisher günstigste mit Karten. Ja, der Markt ist überschaubar, aber es ist trotzdem ein interessanter Umstand, den ich für erwähnenswert halte. Die bekannte Little Kings kostet 39,95 Euro und 95 Cent pro Zehner Packung, mit einem Stück Preis von 3,995 Euro knackt sie schon alleine durch die Rundung die 4-Euro-Marke. Somit beträgt der Aufpreis zur Critter Caboose aus meinem vorherigen Beispiel satte 46%. Während das aus meiner Sicht definitiv zu viel ist, sieht es mit der Animood schon besser aus, da überlege ich schon eher, ein Paket davon zu kaufen, um damit einen Praxistest zu machen. Spannend wäre es sicherlich, schon alleine umzusehen, auf welchem Niveau sich diese Windeln heutzutage befinden. Karten hat einen schlechten Ruf, der hauptsächlich von den medizinischen Windeln kommt. Wie findet ihr diese Neuerscheinung? Würdet ihr euch einen Praxistest wünschen und die Windel vielleicht sogar kaufen? Schreibt es in die Kommentare. Das waren die Windel-News, abonniere gerne meinen Kanal, um zukünftig keine Videos rund um Neuigkeiten oder Test rund um Windeln zu verpassen.